Moin zusammen, in diesem Video will ich euch zeigen, wo ihr die Hitzeschutzrüstung herbekommt. Hitzeschutz heißt, dass ihr durch die Wüste laufen könnt, ohne Hitzeschaden zu bekommen. In der Wüste oder in Wüstengebieten hier in Tears of the Kingdom ist es ja häufig relativ warm und ihr kommt dann in den roten Bereich von der Hitze und dann bekommt ihr Schaden über Zeit und durch die Hitzeschutzrüstung verhändet ihr das Ganze. Das ist nicht zu verwechseln mit der Brandschutzrüstung. Das Video dazu habe ich euch hier oben im i verlinkt. Bei der Brandschutzrüstung geht es nämlich darum, dass ihr nicht in Brand gesteckt werden könnt, wenn ihr zum Beispiel durch einen Vulkan fliegt. Aber ich will nicht lange rumschnacken. Hier kommen jetzt die Fundorte oder die Kauforte für die Hitzeschutzrüstung. Für die Hitzeschutzbeine und Brust müssen wir hier nach Gerudo. Und um es genau zu sagen, nach Gerudo-Stadt. Das befindet sich hier. Noch etwas dichter dran zu sehen. So, und wir sind hier jetzt am Eingang und hier vom Eingang aus müssen wir links abbiegen. Dann hier runterspringen. Und da vorne befinden sich ein paar Steine, die müssen wir erstmal kaputt hauen. Wir müssen uns jetzt hier den Weg durchbahnen zum geheimen Shop hin. So, hier können wir links abbiegen und jetzt einfach mit Deckensprung durch die Decke hier. Und dann sind wir auch schon im geheimen Shop. Und hier rechts befindet sich auch die Hitzeschutz-Wüstenschulterschutz. Und die Wüstenbeinschutz mit Hitzeschutz. Für den Kopf müssen wir gar nicht viel weiter. Wir müssen hier nämlich zum Wüstenbasar in Gerudo. Hier nochmal dichter dran zu sehen. Noch ein Ticken dichter dran. Und ganz dicht. Und da müssen wir dann gleich hier beim Crema-Laden einkaufen. Wir porten uns dann hin zum Maya-Tata-Schrein. So, und hier vorne sind dann auch schon die beiden Händler. Beim ersten brauchen wir nichts kaufen, aber hier beim zweiten finden wir den Wüstensternenschutz. Okay, das war's noch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik Untertitelung des ZDF, 2020